Hey Leute, in Zukunft erwarten euch mehr YouTube-Videos und zwar mit einer Sache nicht mehr mehrere Minuten auf einmal, sondern immer eine Sache und heute einfach mal ein bisschen Freestyle mit vielen TKs und zwar mit einer Sache und zwar mit einer Sache und zwar mit einer Sache Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020